Schief gesägt? So lernst du gerade sägen und das ganz ohne teure Hilfsmittel. Du brauchst eine Japan-Säge ohne verstärkten Rücken. Ich habe hier eine Kataba von Wirt und ein Reststück Holz. Jetzt kannst du das Holzbrett als Sägeführung nutzen. Dafür das Brett anlegen, leicht von oben auf die Säge drücken und los geht's. Das Ergebnis perfekt gerade. Diese Technik könnt ihr übrigens wirklich für jeden Winkel nutzen. Wichtig, das Reststück Holz muss überall gleich dick sein. Der Trick funktioniert übrigens auch ohne Probleme mit kleinen, nicht rechteckigen Reststücken Holz. Einfach anlegen und loslegen. Aber was, wenn ihr keine Reststücke Holz habt? Auch kein Problem. Dann nehmt einfach ein Buch. Das funktioniert mindestens genauso gut. Genial, oder? Für mehr Tipps und Tricks Kanal abonnieren.